Hallo, mein Name ist Henry Squire und mein Fitness-Tipp für den Kanal wäre, sehr viel Leiter, sehr viel Beinarbeit zu machen, also Leiter, viele kleine Schritte, weil ich bin sehr viel gewachsen im Zeitraum zwischen 14 und 17 und da habe ich kein Krafttraining gemacht, eigentlich nur Koordination, Bewegung und das hat mir jetzt für die letzten Jahre sehr viel geholfen.